servus und willkommen wieder bei einer neuen folge max works ich bin der max immer noch hat sich nichts geändert und es ist endlich mal wieder ich bin in der werkstatt nach wochen im kinderzimmer auf der baustelle ich habe es in die werkstatt geschafft und gleich ein projekt mitgebracht und zwar hier drin nach dem intro geht es los ja da drin ist eine papierröhre da ist ein poster drin und zwar hat meine schwägerin dieses jahr ihr referendariat geschafft meine frau hat dafür ein schönes poster gekauft und dann ist meine frau auf die idee gekommen ich sehe meinen mann so wenig der ist immerhin so einer komischen werkstatt ganz viele werkzeuge der kann einen rahmen basteln also bauen wir heute einen rahmen dafür für dieses poster ohne glas das ist ganz wichtig ich möchte kein glas davor weil es wie ein bilderrahmen für den rahmen selber upcycling alter gartenzaun hole ich mir schön schneide ich mir die hier an der kapp und gierungssäge passend zu und dann brauche ich noch eine rückplatte und zwar habe ich hier aus dem alten projekt noch so eine weiß beschichtete hdf platte mdf hdf faserplatte und ich nehme die in weiß weil das poster ist weiß und wenn ich daran kleber dahinter macht doppelseitiges teppich klebeband und die macht es da nur an zwei drei strichen dahinter dann sieht man alles kleben wahrscheinlich ein bisschen durch und der dunkle hintergrund wahrscheinlich auch deswegen weiße platte weißes poster weißes klebeband ich hoffe das wird was am allermeisten angst habe ich ganz ehrlich vor dem aufkleben weil das wenn einmal schief geht dann ist es schief drin rüber in den hobel so Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe jetzt mal alles fertig gehobelt und mir die Platte auch schon mal zugeschnitten. Das Brust natürlich davor gemessen, 60 auf 45. Ich bringe so einen guten Zentimeter ringsherum Rahmenüberstand rein. Das heißt, das, was ich überlappen lassen möchte. Jetzt mache ich mir die Rahmenteile. Die habe ich mir ja schon mal hier fertig gehobelt. Ich weiß nicht, was es für ein Holz ist. Vielleicht erkennt es jemand von euch gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Es war Gartenzaun. Vielleicht hilft das jemandem. Und durch den Rahmenüberstand weiß ich jetzt zumindest die Innenmaße meines Rahmens. Weil ich habe 45 Breite zum Beispiel, habe links und rechts einen Zentimeter Einstand. Habe ich also 43 Zentimeter die Innenseite. Und dann gehen ja meine Gehrungen nach außen. Zumindest so in der Theorie. Max und Theorie. Wo dann diese Bohrlöcher übrigens liegen, das ist mir relativ wurscht bei diesem Rahmen. Weil es hat irgendwie diesen Vintage-Charme da. Und das passt zu der, der der Rahmen später gehören wird. Eigentlich ganz gut finde ich. Die haben viele so tolle Sachen. Da passt das gut dazu. Das heißt, ich säge mir jetzt mal meine Gehrungen hier zu. Ich werde auch alle Dinger brauchen, wie immer. Weil hinten noch ein bisschen Ausfransung dran. Vorne noch vergammelt schneide ich alles weg. Muss ich da hinten natürlich noch eine Nut reinfräsen. Wo dann die Platte drin verschwindet. Jetzt muss ich gerade feststellen, dass ich so wie ich mir das vorgestellt habe, gar nicht da durchkomme. Muss ich doch den Tisch drehen. Ich habe mir vorhin die Säge so schön eingestellt. Jetzt muss ich es doch am Tisch drehen. Aber man lernt ja nie aus. Also liegend nur kurze Schnitte. Also nur flache Hälzer. ministrin Das ist ja auch an die Säge. Das ist ja auch an die Säge. Das ist ja an die Säge. Und das ist ja sehr beeindruckt. Also ist ja auch nicht so gemeint. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich habe den Rahmen jetzt einfach über Nacht liegen lassen. Ich hatte gestern keinen Bock mehr. Jetzt kann ich auch mal lösen. Wenn er mag. Gut mit angeleimt, auch gut. Und da ist jetzt der schöne Rahmen. Die Platte passt, aber auch nur, weil ich noch mal ein bisschen nachgeschnippelt habe. Aber sie passt rein. Jetzt ist es schon mal weiß da drin. Bevor ich jetzt das Poster da aufklebe, werde ich den Rahmen noch schnell schleifen und wachsen mit dem hier. Der Handwerksbutter vom Handwerksduo. Warum? Ich mag die. Die ist bei mir zwar immer sehr fest, liegt aber an der Kellertemperatur hier unten. Ich wärme die dann immer ein bisschen im Waschbecken vor. Unter warmem Wasser. Dann ist die eigentlich super streichzart. Klingt wie ein Brotaufstrich. Bitte nicht essen. Wobei, kann man. Ist nur Bienenwax und Kokosöl. Gleifen, den wachsen. Jetzt bereite ich hier die Platte schon mal vor, dass ich das Poster da aufkleben kann. Also ich will mit Simi sehe, dass das reicht, um mein Blatt Papier im Rahmen zu halten. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Nervosität steigt, weil das, wenn ich verkack, das ist mein Ruf dahin. Ich habe mich geirrt. Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Rückblickend betrachtet, wäre es schlauer gewesen. Ich hätte gleich alles abgezogen. Jetzt ist da eine kleine Welle drin. Dagegen kann ich jetzt nichts mehr machen. Damit muss ich jetzt leben. Schade. Falls ihr eine Idee habt, wie ich das beim nächsten Mal besser hinbekomme, unten in die Kommentare. Ich bin für jeden Tipp dankbar, weil es war garantiert nicht das letzte Mal, dass ich das machen darf. Drinnen ist es. Bloß noch festmachen. Wie? Daran hätte ich früher denken müssen. Gleich mache ich es wie immer. Ich habe hier so ganz kurze Nägel. Jetzt muss ich aber schauen, ob die nicht doch zu lang sind. Auch noch ein bisschen lang. Vielleicht schrauben wir es auch. Jo, die nehmen wir. Jetzt lese ich mich hier mal ein. Ganz schauber und ordentlich. So, wie habe ich es jetzt gemacht? Ich würde es euch gerne zeigen, aber die Kamera hat genau in dem Moment, wo ich auf Aufnahme gedrückt habe, habe ich nicht mehr drauf geschaut. Hat die Speicherkarte einfach nicht gefressen. Deswegen, letzte Aufnahme gibt es nicht. Ich habe diese kleinen Schrauben von vorhin, habe ich jetzt schräg in die Holzplatte hinten rein. Also nicht in die Holzplatte wirklich rein, sondern zwischen Holzplatte und Rahmen. Dadurch spannt es die ganze Platte sauber da ein. Und es hält. Und ich finde, es schaut richtig gut aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, das Projekt anzuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder irgendein Projekt mache. Vielleicht ein Kinderzimmerprojekt. Oder ein Projekt hier wieder in der Werkstatt. Mal schauen, was dabei rauskommt. Auf alle Fälle, ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Freut mich immer sehr. Und abonniert, das ist kostenlos. Hierhin muss ich euch zeigen. Hierhin muss ich zeigen, da fliegt das rein. Abonnieren, Glocke, mega. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.